Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich freue mich natürlich, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ich hoffe, ihr habt gute Laune. Ich hoffe, ihr hattet eine geile Woche. Ja, das alles hoffe ich tatsächlich. Mir geht's gut. Ich habe sehr gute Laune. Und ja, wir müssen reden. Denn, wie ist es bei mir gelaufen? Ich bin abends irgendwann ins Bett gegangen, bin dann morgens aufgestanden. Gestern war das, by the way. Und auf einmal war so irgendwie alles anders so. Also, es gab 10.000 Announcements, wirklich hier. Das gibt's neu, das gibt's neu, das gibt's neu, das gibt's neu. Ich dachte mir so, what the fuck? Das ist einfach insane viel. Und ich wollte einfach mit euch mal darüber reden. Ein bisschen, was sind meine Eindrücke? Wie habe ich das Ganze so verarbeitet? Wie es mir dabei geht? Wie ich darüber denke? Mir haben auch schon Leute geschrieben. Tobi, Tobi, was hältst du davon? Wie ist das? Und ja, und ich denke, wir können auch einfach mal wieder ein bisschen quatschen. Fangen wir ganz vorne an. Ja, diesen Trailer, Teaser, haben wahrscheinlich schon alle gesehen. Aber wir gucken uns das trotzdem mal an. Und zwar ist das ein... Ja, gucken wir einfach rein. Lass uns einfach reinlunzen. Ne? Lunzen wir einfach rein. Wer die Lore von Lucian natürlich kennt, Lucian und Thresh sind miteinander verbunden. Denn, und das sieht man da unten, Lucian, beziehungsweise Thresh, klaut die Seele von seiner Frau Senna. Die hier unten, die Seele, die Hand. Hört langsam auf, die Seele wird rausgezogen. It ends now. It ends now. Ja, das ist quasi schon der Teaser gewesen. Und hier muss ich sagen, so, ich war erst mal so, hm. Ich habe erst mal so ein bisschen Gänsehaut bekommen, wo sie da so gerufen hat. Bei mir, ich habe es in den Deutschen geguckt, da hieß es, lauuf! Ne? Und da habe ich erst mal gedacht, okay, ne, vielleicht soll er weglaufen und er rudert gerade weg. Hätte sie aber auch sagen können, ruder! Oder schwimm! Aber, das war so ein Rückblick, ne? Das war so quasi so, huah! Ne? So wie es damals. Er hat damals seine Frau verloren und geht jetzt wieder zurück. Ne? Er will jetzt wieder zu den Inseln hin. Und ich persönlich dachte, als ich das am Anfang gesehen habe, dass das so eine Art, ja, vielleicht so ein Halloween-Teaser ist oder sowas, dass man sagt, hey, ne, es gibt jetzt ein neues Event, eine neue Map oder, ne, sowas wie Blitz. Nur anders für Halloween-mäßig. Ich dachte nicht direkt an den Champion. Hier unten steht zwar Champion-Teaser drunter, ich habe das Ganze aber über Twitter gesehen und da stand nichts dergleichen. Irgendwie konnte ich mir das nicht ganz vorstellen, dass da, aber, ne, das war quasi der Teaser. Dann geht es nämlich direkt weiter mit dem hier. Und ich muss kurz einen Stopp machen, Leute. Können wir bitte, die meisten, die gucken einfach die Videos durch und, ne, denken so, ja, cool, dass hier das passiert und das passiert. Aber Leute, können wir mal bitte appreciaten und wie geil das aussieht. Hier Leute mit den Zähnen, hier sind diese kleinen Einrundungen, die Lippen hier sind überall so kleine. Hier die ganzen Falten im Gesicht, gerade bei so einem Gesichtsausdruck hier, diese Schrammen. Auch hier diese ganzen kleinen, kleinen Details, ne. Also das ist insane viel Arbeit. Das ist vielleicht nur ein, zwei Sekunden, die das Bild hier gezeigt wird. Und das merken die, das appreciaten die Leute gar nicht. Das merken die gar nicht. Das fliegt so vorbei. Aber es gibt tatsächlich den Beruf des Detailleurs und der Detailleur, der detailleurt das hier alles, ne. Und ich finde, das ist insane, ne. Ich achte auf sowas, ne. Ich lege darauf Wert. Ich bin ein Wertleger. Ich lege meinen Wert darauf. Fände ich cool. Ist insane. Er schießt mit seinem Staubsauger hier auf Smash drauf, auf die Laterne. Und da ist Tina. Dieser Gesicht, Leute ohne Witz, dieser Gesichtsausdruck, der ist insane. Wo er da, jetzt sieht er sie. Dieser Gesichtsausdruck, dieses schockierende, das ist, uff, das finde ich, das finde ich so krass. Ich wusste gar nicht, dass die, dass die Kette von Thresh aus Knochen ist. Sieht man das im Spiel? Na, da sieht man das sehr, sehr gut aus Knochen. Das wusste ich nicht. Ohne Witz, Thresh sieht so gut aus. Das sieht so insane aus, Leute. Da sind die ganzen Seelen, die in seiner Laterne gefangen wurden. Aber er hat nur noch einen Staubsauger, der andere ist kaputt gegangen. Senna. Mit einer dicken Romme. Dieser Augenblick, ohne Witz, ich muss mich kurz weg machen. Dieser Augenblick, der hat bei mir so richtig, also der hat irgendwie so richtig Gänsehaut in mir ausgelöst. Als ich das gesehen habe, ich dachte so, ich habe das auch beim allerersten Sound direkt angehalten, weil ich das irgendwie nicht fassen konnte. Da gingen so viele Gedanken bei mir durch, so von wegen, scheiße, ist sie jetzt böse? Will sie ihn jetzt töten? Ist sie auf einmal so? Und er sein Gesichtsausdruck, so dass sie einfach gar nicht realisiert. So, er realisiert einfach gar nicht, was mit ihm passiert. So. Da hinten kommt allerdings Trash. Ja, das war der Champion Teaser. Jetzt sieht man gleich noch, dass die Laterne hier kurz weggezogen wird. Irgendwo. Ja. Sie wurde repariert und weggezogen. Also hierzu muss man viele Dinge sagen. Zum einen, ähm, das erste, was ich so jetzt angedacht habe, ist, ist sie böse. Ne? Sie hat hier, sie kam aus der Laterne raus. Warum nur sie rauskam, weiß man nicht. Kann man überlegen. Vielleicht ist ihre Willensstärke so krass gewesen. Hat sie die Kraft der Seelen in sich, in des Bösen, des Thrashes irgendwie. Ne? Vielleicht ist sie ja rausgekommen, aber ist immer noch teilweise damit infiziert. So ähnlich wie Kaiser. Kaiser ist ja auch ein Mensch. Aber trotzdem halb auch Void. Und ist, leuchten ihre Augen, weil sie so eine Art Teufelsenergie wie in WoW in sich trägt. Oder eben nicht, ne? Vielleicht ist das ja auch, vielleicht hat sie auch, hat sie normalgrüne Augen oder nicht. Dann hat sie diesen Staubsauger, der, ja, so ein bisschen an die Caitlyn-Waffe verändert. Es ist halt ein richtiger, es ist halt nicht so Handstaubsauger wie bei Lucian, sondern wirklich so ein richtiger Dyson-Turbo-Vacuum-Cleaner. Ähm, Industriestaubsauger. Und dann natürlich dieser Schuss. Dieser Schuss wird einer ihrer Skills sein. Die Frage ist, was ist das für ein Skill? Zum einen muss man drauf achten. Ich denke, es ist ein zweiteiliger Skill. Das erste ist hier dieses Leuchten, aber was hier hinter ist, ist auch dieses Schatten. Es könnte natürlich einfach eine Animation sein, aber ich glaube, dass es zwei Teile sind. Denn zum einen schießt sie auf einen Verbündeten offensichtlich, Lucian, und shieldet ihn. Shieldet ihn, beschützt ihn, reflektiert Schaden. Das wird vermutlich ein Schild sein. Vielleicht aber auch komplett sowas. Ich könnte mir vorstellen, weil der, das Ding halt abprallt, dass es halt komplett sowas wie eine Brown Wall ist. Für ein Ziel, für eins, für eine Attacke oder so. Und was jetzt passiert, ist, dass dieser Schatten um, vielleicht sieht man es hier so ein bisschen besser. Dieser Schatten, der hier drum ist, der fliegt um Lucian herum und greift Thrasher und böllert ihn weg. Na, das haut ihn ja im Prinzip aus den Socken. Und das könnte quasi sein, dass sie gut ist, aber auch böse. Ich denke, sie ist zweigespalten oder halt die, sie ist insgesamt ein guter Mensch, aber hat die Kraft des Bösen in sich. Der Schatten, der Seelen oder was weiß ich. Ne, vielleicht gehört es auch einfach zum Spell. Die Frage ist, wann ist so ein Spell useful? Ich stelle mir den Spell so vor, du schießt ihn in einer Linie. Das erste verbündet sich, was getroffen wird, kriegt einen positiven Effekt, zum Beispiel ein Shield. Und das zweite bekommt Schaden. Aber wann steht wirklich, ich meine, du wirst ein Articary sein. Aber wann steht wirklich ein verbündetes Ziel zwischen dir und deinem Gegner? Das ist sehr selten. Meistens, wenn wir unsere Supporter kennen, die stehen entweder links oder rechts neben uns oder ein Kilometer hinter uns am Turm oder am Nexus. Das heißt, schwierig da jemanden zu treffen. Vielleicht ist auch der Playstyle dann so, dass man sagt, okay, du musst jetzt da vorne reingehen, damit ich das da durchschießen kann. Ich denke mal, der Spell wird auch Damage machen, wenn kein Verbündeter in der Nähe ist. Aber dann holt man natürlich nicht das ganze Potenzial raus. Frage ist auch, wenn du diesen Champion in Midland spielen willst, hast du keinen Verbündeten da, außer du kriegst einen Gank. Und dann brauchst du das Schild nicht unbedingt. Muss man wirklich sehen. Ich denke aber, sie wirst du zweiteilig sehen. Außerdem muss man sagen, ich achte hier auf vieles. Sie hat einen guten Booty. Der ist sehr rund. Der ist sehr, sehr gut. Sie hat also während ihrer Zeit wahrscheinlich, kann man sagen, da im Seelen-Fitnessstudio, da in der Laterne gibt es wahrscheinlich sowas. Kann man von ausgehen. Das wird wahrscheinlich eine Vier-Sterne-Laterne sein, vielleicht Fünf-Sterne. Dass sie da ordentlich Kniebeulen gemacht hat und ordentlich trainiert hat. Und jetzt nochmal hier. Ich denke mal, das ist ja nicht einfach so. Man hätte auch Lotion zeigen können. Aber man sieht nochmal ihre leuchtend grünen Augen. Das ist kein normales Grün. Das ist kein, hey, ich hab grüne Augen, grün. Ich hab auch grüne Augen, glaube ich. Sieht man wahrscheinlich nicht. Egal. Das hier ist ein Teufel-Seelen-grünen Augen. Warum sollte man diesen Blick nochmal sehen? Ich bin Detailleur, ich achte auf sowas. Äh, ja, weiter. Weil wir wollen uns ja nicht hier festhalten. Neue Änderungen an der League of Legends-Map, meine Freunde. Und zwar, Dragons sollen Impact auf die Map haben. Denn, wenn ihr die Mehrzahl an Dragons, wahrscheinlich muss man sagen, es kommt drauf an. Ne? Ich denke mal, wenn ihr einen Infernal habt, dann wird die Map Infernal belastet. Wenn ihr dann einen Air-Drake bekommt, bleibt sie wahrscheinlich Infernal belastet. Wenn ihr dann einen zweiten dann Air-Drake bekommt, dann wird die Map wahrscheinlich eher mäßig. Also immer die Mehrzahl an Drakes. Geh ich einfach mal davon aus. Bedeutet, wenn ihr Infernal-Drake habt, dann werden Büsche verbrannt. Büsche verbrannt. Hier oben die Büsche sind komplett weg. Und hier sind Mauern weggebrannt. Waren das denn Büsche, Legit, eigentlich auch? Ja gut, es ist schon Holz, ne? Es ist schon... Wobei, ja, hier, ich meine, hier ist ein großer Baum, ne? Infernal docks down walls and burns down brush. Einfach weggebrannt. Also Inferno macht Büsche weg und sowas. Der Air-Drake macht neue Wände. Man sieht, hier war der Eingang, hier ist jetzt eine Wand. Hier sind offene Gänge und das hier ist auch sehr erdlastig. Und auch hier oben sieht man so ein bisschen, da wird irgendwas sein. Ne, auf der ganzen Map, nicht nur an diesen kleinen, sondern überall auf der Map werden erdmäßige Veränderungen sein. Das Ganze auch bei Ocean. Bei Ocean regnet es jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es permanent regnen wird, könnte sein. Aber, ne, alles wächst. Hier sind mehr Büsche, mehr Büsche und die blühen. Und hier kommt Wasser aus diesem Holz raus. Hier ist Wasser drin. Auch hier unten sieht man so ein bisschen, läuft das Wasser runter. Finde ich super coole Idee. Super coole Idee. Mit dem Regen könnte natürlich nervig sein, aber... Und dann gibt es natürlich noch Air. Air soll so Windkanäle machen. Hier sieht man das, wenn du wahrscheinlich durchläufst, bist du schneller. Könnte wahrscheinlich cool sein, gerade für einige Channels wie Hacker Riem. Oder wenn du mit Chaco hier durchläufst und dann in die Mitte queues. Könnte potenziell tatsächlich insane werden. Aber es soll auch die Buffs verändert werden. Ja, dass du nicht sagst, okay, Inferno, du hast jetzt 8% mehr AD oder AP. Sondern ein Effekt einfach, ne. Man weiß nicht genau, was es wird. Aber zum Beispiel hier hast du viermal so ein Feuerding. Vielleicht hast du, hey, deine nächsten vier Auditex entzünden das Ziel. Oder deine nächsten vier Spells machen mehr Schaden. Oder Auditex und Spells. Oder, ne, was weiß ich. Es wird irgendeinen Effekt haben auf dich. Dass du sagst, okay, hier, du spürst den Inferno direkt wirklich. Ist natürlich dann ein Nerf für schlechtere Spieler und ein Buff für bessere Spieler wahrscheinlich. Aber man kann mehr damit machen. Wobei nicht alles geändert wird, glaube ich, zum Beispiel beim Cloud Drake. Sagt sie nämlich, dass er nicht mehr dir das Muffenspit gibt, sondern dass du mehr Ultimate Cooldown Reduction bekommst. Was auch wieder schwierig ist für Champions wie Shyvana, weil das da nicht funktioniert. Was schwierig ist für Champions wie Udyr oder auch für Jace, Elise, etc. Muss man einfach mal schauen, wie das Ganze wird. Aber, ne, es war schon immer so, dass jeder Drake nicht nennt. Ein Tank profitiert auch nicht vom Inferno Drake. Also jetziger Zeitpunkt. Außerdem soll der Elder Drake auch verbessert werden. Wenn du den Elder Drake hast, dann soll er machen, okay, hey, Ende. Und zwar bekommst du zwar immer noch so einen Burning-Effekt, wurde gesagt, aber du bekommst einen neuen Spell. Und zwar ein Execute-Spell, ja, die Kraft des Elder Drakes. Wenn dein Ziel low ist, kannst du damit draufballern und machst einfach diesen Laser und löscht einfach die Lulu aus. Klingt insane. Es soll mehr dieses Gefühl geben, hey, ihr habt einen fucking Elder Drake, ihr beendet jetzt das Spiel. Das ist die Idee dabei. Und was ich mich natürlich hier frage, ist, ich denke mal, man kann es einmal pro Champion benutzen. Das heißt, jeder hat diesen Laser zur Verfügung. Und wenn das wirklich so ist, oder vielleicht hat das auch nur der, der es killt und dann einsammelt. Vielleicht ist das ein Item, was man einsammeln kann. Könnte auch sein. Weil, wenn jeder Spieler diesen Laser hat, dann frage ich mich, okay, es wird ein Execute sein. Aber ein Execute wird ja ein Base-Damage haben, denke ich. Vielleicht macht es auch einfach nur Execute 20%. Vielleicht macht es aber auch Base-Damage. Schauen wir einfach mal 200 Schaden plus 15% Missing Life. Wenn jetzt 5 Leute einfach gleichzeitig den Laser machen, in 2, 3, 4 Leute rein. Das macht ja auch eh. Und die sofort, klar, die haben 200% Life, aber 200 Damage, ne, und die sofort auf 70, 60%, 3, 4 Leute runter droppen. Könnte auch ein Sane-Wert. Muss man einfach mal abwarten. Findet ihr die Idee aber auf jeden Fall cool. Ansonsten, weiter geht's. Card Game. Ich glaube, es hieß irgendwas mit Rift of Rivals oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau. Es soll ein Card Game geben. Und dieses Card Game ist im Prinzip eine Mischung aus Hearthstone und Magic the Gathering. Das heißt, ihr habt einen Nexus. Jeder, jeder Spieler hat 20 AP lediglich. Und wenn die weg sind, ich glaube, bei Magic hat man auch nur 20. Wenn die weg sind, bist du tot. Das ist ein crazyes Ziel. Du hast verschiedene Decks, die du dir zusammenbauen kannst. Die Karten sind sehr groß. Und es ist wie bei den anderen Kartenspielen. Also wie bei Hearthstone, du kriegst jede Runde ein Mana dazu. Allerdings ist es hier anders. Das heißt, ungenutztes Mana wird in Zaubermana übertragen. Ja, das ist wie so ein Speicher. Wenn du das nicht benutzt, geht das über. Du kannst bis zu drei Zaubermana aufsammeln. Und das Wichtige bei diesem Spiel ist, im Gegensatz zum Hearthstone kannst du, es ist halt wie gesagt eine Mischung aus beiden, wie bei Magic das Spielen, dass wenn der Gegner gerade was macht, kannst du sagen, Halt, Stopp, ich aktiviere meine Fallenkarte. So, ja, vielleicht nicht eine Fallenkarte, aber du kannst sagen, okay, du willst meinen Peter angreifen, Peter mit 1-1, mit deinem 2-2-Tom. Dann sage ich, ich mache Peter jetzt auf 5-5 mit meiner Stark-Zauberkarte oder sowas. Oder du sagst, ich töte Tom oder was auch immer. Das heißt, du kannst da interventieren. Es gibt auch verschiedene Effekte, das heißt zum Beispiel Lifestyle, Überwältigen und so weiter und so fort, wie man es auch bei Hearthstone kennt. Es ist wie gesagt eine Mischung. Hier funktioniert das Ganze aber auch so, dass du nicht den Gegner sofort angreifen kannst, sondern es wird mit Blockern gespielt. Wenn du jetzt sagst, okay, er ist gerade der Verteidiger und du sagst, ich möchte angreifen, zum Beispiel, ich glaube, ich weiß nicht, der hat null Angriff, null Angriff, zwei Verteidigungen. Wenn der angreifen würde, kann er nicht, aber ich weiß jetzt nicht, was das hier genau ist, weil er würde das blocken, aber der macht ja keinen Schaden. Und der würde durchgehen und ein Damage hier am Nexus quasi machen. Und so muss man sich entscheiden. Es gibt aber auch welche, die können dann, das ist ganz cool gemacht, es gibt welche, zum Beispiel, die sind unsichtbar, es gibt aber auch welche, und die können nur von Unsichtbaren geblockt werden, es gibt welche, die sind fearsome. Und ein fearsome kann nur von einer Einheit geblockt werden, die mindestens genauso stark ist, wie die Einheit, die angreift, weil sie ja so, ne, furchteinflößend ist. Und so verschiedene Dinge. Finde ich, ist eine coole Idee. Problem, was ich hierbei sehe, ist, glaube ich, dass man, dass Hearthstone erstmal ziemlich gut ist. Und das Problem, warum ich Hearthstone nicht viel spiele, also ich spiele Hearthstone ab und zu immer mal, aber Hearthstone, wie man es sagen möchte, ist irgendwie Pay to Win. Schon. Also, klar, also ich muss sagen, ich spiele immer nur Schurken-Hearthstone und ich habe mittlerweile, ich disenchaute alle andere Karten immer, damit ich meine Schurken-Karten kriege. Das heißt, ich muss kein Geld investieren in das Spiel, aber ich habe schon mal Geld investiert, relativ viel. Und das Problem ist, bei diesen Spielen, ja, du wirst wahrscheinlich Boxen kaufen müssen, damit du Karten kriegst. Sind wir ehrlich. Wirst du wahrscheinlich machen müssen. Du kriegst auch hier und da ab und zu einen Booster, aber es wird mühsam sein. Klar ist es vielleicht Worth, aber, ja, muss man mal überlegen. Vielleicht, wenn das, ich meine, wenn das Spiel gut ist, könnte man gucken. Die Karten sind sehr groß, wenn ich sagen, diese Blöcke. Ich finde, optisch könnten die mehr hermachen. Klar, es ist schon irgendwie sowas. Und man muss sagen, es gibt hier, das Coole an diesem Spiel ist, es gibt so Champions. Das heißt, du hast normale Karten wie Poros und irgendwelche Dinge, aber es gibt auch Champions und diese Champions kannst du hochleveln. Ne, das heißt, zum Beispiel Darius kannst du haben und wenn Darius einen bestimmten Effekt hat, das heißt, wenn der Gegner unter 10 AP Nexus ist, dann levelt er hoch und du kannst die immer weiter hochleveln. Das ist eine ziemlich coole Mechanik, die aber auch ein bisschen OP sein könnte. Muss man mal schauen. Ja, weiter noch Mobile. League of Legends Mobile soll es geben. Jetzt muss man natürlich erst mal sagen, ja, weiß ich nicht, wie klappt das denn? Wird bestimmt sau schwierig werden. Man sieht hier so ein bisschen im Video, dass das Ganze unterstützen wirkt. Ja, man sieht hier, hey, das ist so ein bisschen Auto-Anvisieren. Klar ist die Grafik ein bisschen Mobile-lastiger, nicht ganz so gut, aber sieht immer noch gut aus. Ich werde es wahrscheinlich nicht unbedingt auf Mobile spielen, weil ich halt viel am PC bin. Aber wenn man mal unterwegs ist, zum Beispiel in einem Hotel oder so, oder man zusammen eben mal Dokio machen möchte, mit einem guten WLAN, Hotel-WLAN, ist meistens relativ gut, habe ich so das Gefühl, kommt immer darauf an, wo ihr seid, könnte ich mir vorstellen, dass das wohl funktioniert. Also, es sieht jetzt nicht so schlecht aus. Natürlich, klar, es wird immer diese Momente geben, hey, Connection lost und so weiter. Das ist bei Handy immer ein großes Problem bei Mobile Games. Da muss man wirklich gucken, dass das alles läuft. Aber es scheint relativ gut zu funktionieren, muss man sagen. Scheint gut zu funktionieren. Weiter noch im Text ist, dass es eine animierte Serie geben soll. Ich lasse es einfach mal ein bisschen laufen. Viele haben ja schon mal gesagt, warte, wir müssen das hier so in Anführungszeichen sehen. Viele haben ja schon mal gesagt, ja, ich würde mich voll freuen, wenn es mal einen Leak-Film oder sowas geben würde, weil es immer so insane aussieht. Hier sieht man das ein bisschen. Es wird, wie gesagt, eine animated Serie. Das heißt, es ist, klar, das andere ist auch animiert, aber es wird nicht in diesem Stil sein, wie dieser Thresh-Trailer, weil das wäre auch, ich glaube, für diesen Thresh-Trailer zum Beispiel, haben die für 30 Sekunden oder so haben die bestimmt, keine Ahnung, zwei Wochen dran gearbeitet. Es ist insane viel Arbeit, es ist total detailliert. Das hier ist vielleicht nicht ganz so viel Arbeit und deswegen kann man das wahrscheinlich auch schneller eine ganze Serie von machen. Das heißt, kein Film, Serie. Sieht trotzdem cool aus. Ich finde es, ich finde es sieht cool aus. Lass uns ehrlich sein. Ich hätte da Bock drauf. An animated series. Das hier ist, boah, ich habe zu lange keine Lore mehr gemacht, das war weil, das hier ist diese Stadt, die, boah, ich, Z-Irgendwas? Boah, ich habe zu lange kein Lore mehr gemacht, Leute. Muss man mal wieder machen, anscheinend. Ist das eigentlich, ich bin jetzt nicht hundertprozentig mehr in der Lore drin, aber Y zum Beispiel weiß ich, sie wurde ja, sie war in so einer Räuberbande die ganze Zeit irgendwie. Wurde quasi als Kind von Räubern aufgenommen, irgendwie sowas. Das hier ist wahrscheinlich Y, ist das hier Jinx? Könnte halt legit sein, ne? Sie hatten da super viel Material, eine Serie rauszumachen. Die Frage ist, wo fängst du an? Du kannst ja nicht die Kindheiten von allen verfilmen, ne? Alle hatten irgendwie eine Kindheit, wobei nicht alle, aber, ne? Klar kannst du damit anfangen, vielleicht ist das was. Vielleicht wird es auch unterschiedliche Sektionen geben. Muss man wirklich schauen. Könnte insane cool werden. Da würde ich mich drauf freuen. Ich habe schon lange keine Animes mehr geguckt. Das würde ich mir tatsächlich wahrscheinlich jedes Mal reinziehen. Das sieht ziemlich, ziemlich cool aus. Ansonsten, was ich noch irgendwo hier vergraben habe, wahrscheinlich jetzt nicht mehr finde, ist, es soll ein MOBA-Game geben. Kann man das sagen? MOBA? Also so eine Art, ein RPG. Ja, das heißt so ein Level-Spiel, sowas wie, sagen wir einfach mal, Elder Scrolls Online oder Skyrim oder so dieses, du läufst mit einem Blitzcrank rum und levelst dich. Ne, das ist jetzt erstmal nur ganz grobe Information. Muss man mal gucken, wie das Ganze wird. Weiß ich noch nicht. Man sollte jetzt nicht, klar, vielleicht sollte man sich jetzt in jeden Bereich übergehen, damit man sagt, okay Leute, League of Legends. Einfach, ne? Du hast ein Spiel und dann hast du einfach, ne? Irgendwann gibt es noch League of Legends Echtzeitstrategie, sowas wie Warcraft. Könnte auch erzählen. Vielleicht machen die jetzt, decken die jetzt einfach alles mit League of Legends ab. Finde ich, sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele coole Ideen. Wenn ich eine falsche Information gesagt habe, tut es mir leid, ich bin auch nur ein Noob. Ihr könnt mir übel gerne sagen, was ihr von dem ganzen Zeug haltet. Ist insane viel. Und ja, ich freue mich auf eure Meinung. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich habe euch lieb, vergesst es nie. Auf Wiedersehen. Ich hoffe auch, dass ihr mich lieb habt. Auf Wiedersehen und Tschüss. Ich hoffe, Vielen Dank.